Der Solvala Elite-Loop stand völlig im Zeichen des Kanadiers Billy Joe Jimboff. Zunächst war es jedoch Peace Corps, die den ersten Vorlauf ihren Stempel aufdrückte. In 1.12.8 fing Torbjörn Jansson mit der Stute den in der Distanz ermüdeten Meadow Profit noch sicher ab. Super Darby und Seacoff sicherten sich trotz eines schweren Rennverlaufs hier noch die Plätze 3 und 4. Peace Corps. Först in på upploppet är då nummer 7 Meadow Profit. Nummer 7 Meadow Profit fram sen nummer 5 Peace Corps. 7 Meadow Profit fram sedan 5 Peace Corps så kommer också nummer 4 Your Worst Nightmare. Det är 5 Peace Corps. Invändigt också nummer 3 Super Darby. Då ordnar till här sista biten in mot mål mitt i banan 5 Peace Corps.